Freunde, wir sind wieder da. Wir haben leider recht gehabt bei uns das Problem, der Reifen ist hinüber. Wir haben so schnell wie die Luft im Reifen war, so schnell war es auch wieder raus. Und nun sind wir die ganze Strecke geladen und wir sind jetzt fast zuhause angekommen. Wir sind jetzt auf die letzten Meter. Man kann nicht sagen, wir sind von 8 Meter bestelliert. Wir sind eine gute 17 Uhr und jetzt haben wir 18.10 Uhr. Wir sind also so gesehen eine gute Stunde gelaufen. Warte, wie vorstellt, dann haben wir uns angefangen hier. 16, 15, 15 hat es vielleicht. Das ist in 15.10 Uhr. Jetzt kommen wir zum Fahrrad. Jedenfalls wurde aus der Fahrrad... Boah, da steht sogar vor wie 200. Jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Jedenfalls sind wir... Aus der Radtour wurde eine Wandertour. So, wir kommen jetzt an. Wir gehen jetzt durchs Tor. Mit unserem Klattfuß vorweg. Wir machen jetzt durchs Tor. Einmal, wie geht's? Die Gartenmolli. Oh, da wären wir. Mamas Heimglück allein. Und da ist der Plattfuß. Und da ist der Plattfuß. Da ist der Plattfuß. Der steht richtig tiefer. Richtig tiefgelegt habe ich ihn. Tiefer gelegt. So, dann nehmen wir uns jetzt einen Ackergaul. Den heben wir mal ein bisschen an. So, jetzt wird dunkel. Jetzt wird dunkel, jetzt wird dunkel, jetzt wird dunkel. In den Geisterhaus sind wir jetzt. In den Geisterhaus sind wir jetzt. In den Geisterhaus. Mich sieht man gar nicht mehr. Schreit uns so. Voll dunkel. Voll dunkel. Wir gehen ins Licht. Wir gehen ins Licht. Wir gehen ins Licht. Wir gehen ins Licht. Da ist Licht. Da ist Licht. Da müssen wir mal um. Ja, so meiner kann draußen stehen bleiben. Jetzt gehen wir mal den anderen auf den Sack. Den Fahrradschänder geben wir doch den Sack. In den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll. Da steht Müll. Mal gucken, ob er da ist. Ich sehe nichts. Er ist da. Er ist da. Macht ihr schon wieder vor uns? Nein, wir machen nicht. Wir sind von unserer Wander-Tour wieder da. Fahrrad ist kaputt, ne? Du hast unser Fahrrad kaputt gemacht. Gib zu, du warst da und hast ihn doch reingekriegt. Wir haben seinen ersten Fahrrad gefahren. Wir wollten so ein bescheuertes Böse mit dir. Wir haben gerade Ecke mit dem bescheuertes Blitz. Ach so. Wir hatten gesagt, eigentlich bestimmte Person taucht gleich auf uns Schweizer sind. Teich. Und das ist der da. Ja, genau. Ja, der war da. So. Ach, du warst da. Wie soll ich denn das gemacht haben? Mit dem Blasrohr. Ja. Der war mit dem Blasrohr und hat ihn auch in den Fuß. So. Gut. Dann gehen wir hoch. Er kann jetzt weiter schnappen. Er kann dann den Pippen aus dem Schrank holen. Nee, Janatis hier. Ja, Janatis hier. Ach so. Ja, dann mach fertig. Gut. Wir gehen hoch. Tschüss. Gut. Dann gehen wir in die Halbrennung. Und ich hau jetzt gleich wieder ab. Kannst du noch mal drüber rein? Ja. So, wie ihr wisst, denn Fahrrad nur von den Schrankertum, ne? Spazierenden. Fußgängertum. Gut, liebe Freunde. Dann sag ich reingehauen und reingehauen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.